Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wird es eine Sonderfolge im Rathaus-Podcast der Stadt Merane geben. Wir wollen nämlich jetzt mal ganz gezielt über die 850-Jahr-Feier in Merane sprechen. Da geht es ja nächstes Jahr so richtig hoch her. Und es gibt immer so schrittweise Neuerungen mitzuteilen, was alles so geplant ist. Und heute sitzt mir deshalb natürlich auch Bürgermeister Jörg Schmeißer gegenüber. Er will uns heute mal darüber informieren, was für ein ganz tolles Mitmachprojekt geplant ist. Da geht es um ein Kurzfilmprojekt. Und ja, da würde ich einfach schon gleich mal den Bürgermeister begrüßen und die erste Frage stellen. Hallo. Ja, hallo. Auch ein herzliches Hallo von mir. Ich freue mich, dass ich endlich wieder mal an einem Podcast mitwirken darf. Und das besondere schöne Ereignis, die 850-Jahr-Feier, bietet sich da ganz besonders dafür an. Wie kam es denn zu der Idee, einen Filmwettbewerb zu machen? Die Idee wurde geboren, als wir überlegten, wie können wir unsere Stadt nach außen am besten darstellen. Und wie kann man etwas besser darstellen als mit bewegten Bildern? Und so wurde ganz schnell die Idee geboren, wir loben einen Wettbewerb aus, wo die Teilnehmer einen Kurzfilm einreichen sollen und unsere Stadt aus ihrer Sicht zeigen. Wer kann denn da an dem Kurzfilmprojekt teilnehmen? Beschränkungen in der Gestalt, es können alle mitmachen, die in Merane ihr Zuhause haben, sprich Meranerinnen und Meraner. Egal, ob sie filmerisch begabt sind oder nicht, es müssen keine Profis sein. Sprich, es kann auch jeder einfach sein Smartphone zücken und loslegen zu filmen. Wichtig ist, 10 Minuten sollte der Film nicht überschreiten und man sollte die Liebe zur Stadt erkennen. Also haben wir jetzt schon mal besprochen, dass auf jeden Fall der Wohnort logischerweise wichtig ist, dass man in Merane wohnt. Und gibt es eine Altersbeschränkung oder ist das? Nein, es gibt keine Altersbeschränkung. Von jung bis alt kann jeder mitmachen. Es können Gruppen sich zusammenschließen und den Film drehen. Es gibt da wirklich keine Beschränkungen. Die einzige Beschränkung ist das Zuhause in Merane. Also haben wir das schon mal geklärt, dass da wirklich jeder Meraner und jede Meranerin daran teilnehmen kann, die da wirklich Lust hat zu sagen, ich will mal meine Heimatstadt so im Film vorstellen, wie ich das fühle. Genau so ist es. Jeder Mensch sieht ja die Dinge mit seinen eigenen Augen, sprich ein anderer Borda als anders. Und umso spannender wird es dann, wie man die Facetten unserer Stadt zeigt. Es muss in dem Fall nicht immer nur die schöne Seite sein. Es kann natürlich auch kritische Bilder mit dabei sein. Da wären wir jetzt auch schon beim nächsten. Was für Themen würde man sich wünschen oder zumindest so ein paar Vorschläge? Wer vielleicht sagt, oh, ich hätte Lust, aber was könnte man denn gezielt aufgreifen? Als Beispiel, meine Stadt, mein Leben in Merane oder das Porträt unserer Stadt. Man kann auch mal einen ganzen Tag durch Merane ziehen und einen Tag in Merane zeigen. Natürlich muss man dann wahrscheinlich diesen Tag etwas verkleinern. Wer in Merane aufgewachsen ist, die Wendezeit erlebt hat, wie hat sich die Stadt entwickelt? Das könnte beispielsweise ein Thema sein. Natürlich unsere kulturellen Highlights, wie die Steile Wand oder der Park in Merane. Da gibt es überhaupt keine Grenzen. Es muss auch nicht nur bei Tag sein. Man kann auch mal Merane bei Nacht zeigen. Auch bei Nacht hat Merane wunderschöne Seiten. Weil jetzt ja so viele Themen angesprochen wurden. Wir werden natürlich in den Shownotes, also in den Notizen zu dem Podcast auch nochmal das Dokument zu dem Filmaufruf mit als Link reinstellen. Da stehen dann auch nochmal so die ganzen Ideen und Tipps, worüber sich das Filmprojekt drehen könnte. Zum Podcast werden wir die Ausschreibung mit veröffentlichen. Natürlich auch auf unserer Homepage, auf Facebook und im nächsten Amtsblatt. Aber ganz wichtig, die Themenbeispiele sind nicht abschließend. Hier ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Falle natürlich liebe Meranerinnen und Meraner. Da ist wirklich jetzt ein großes Füllhorn, kann man sagen, geöffnet. Jetzt kann man sich schon mal überlegen, was man da vielleicht angehen kann. Jetzt ist vielleicht die nächste Frage. Teilweise hattest du es schon angesprochen. Ich muss also mir jetzt dafür nicht extra noch teures Kamera-Equipment besorgen. Nein, überhaupt nicht. Ich kann es mit meinem Smartphone machen. Manche haben eine digitale Kamera, die lässt sich problemlos auf das Film umstellen. Und es gibt natürlich auch einige, die haben professionelles Equipment. Aber hier kann wirklich jeder das nehmen, was er zur Verfügung hat. Und nach was für Kriterien wird dann bewertet, wenn jetzt zum Beispiel die Aufnahmetechnik nicht so relevant ist? Bewertet wird nach Originalität, Bildverständnis, Unterhaltsamkeit. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, aus dem Film muss die Liebe zu Meraner erkennbar sein. Und je mehr, umso besser. Wer bewertet das dann? Es wird eine Jury geben. Abschließend ist die noch nicht besetzt. Zwei Jury-Mitglieder kann ich auf alle Fälle schon benennen. Das ist einmal der Andreas Heller. Er ist Regisseur beim ZDF. Und der Dennis Westenberger. Er ist dort Kameramann. Das heißt, wir haben zwei Profis hinzugezogen, die ihr Metier verstehen. Denn logischerweise haben wir hier in der Verwaltung einen anderen Blick auf Filme als die beiden Profis. Das soll aber natürlich jetzt niemanden abschrecken. Das heißt, ach du Schreck, jetzt Kameramann, schau da drauf, wenn vielleicht der Schnitt nicht ganz perfekt sitzt. Sondern, wie du schon gesagt hast, wenn das Herzblut in dem Film erkennbar ist, dann vermittelt das ja auch schon etwas. Genau. Das ist ganz wichtig. Die beiden schauen natürlich auf das Technische. Aber wir haben klar gesagt, im Vordergrund muss die Liebe zu Merane stehen. Und natürlich, wie originell ist der Film und welches Bildverständnis und welche Unterhaltsamkeit bietet der Film. Und als weiteres natürlich, es sind nur zwei Jury-Mitglieder. Drei weitere werden noch hinzukommen. Da sind wir mal gespannt, wer das dann sein wird. Wir halten auf jeden Fall die Meranerinnen und Merane auf dem Laufenden. Jetzt hätten wir eigentlich weitestgehend schon das Thema Kurzfilmprojekt besprochen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, auch wenn ich ganz viel Herzblut in so ein Filmprojekt reinstecke, weil das meine Heimatstadt ist, kann ich trotzdem was gewinnen? Na klar. Wie bei jedem Wettbewerb gibt es auch Preise. In dem Fall sind es Geldpreise. Der erste Platz, wie kann es anders sein, wird 850 Euro als Preisgeld erhalten. Der zweite Platz 600 Euro und der dritte Platz 400 Euro. Also da kann man nur sagen, mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Und ganz wichtig, in der Festwoche, welche vom 31.05. bis 9.06.2024 im Meran stattfinden wird, wird am 2. Juni auf dem Teichplatz der Film, sprich alle drei Sieger, gezeigt werden. Ab 19 Uhr, wir haben eine große LED-Leinwand da. Die Jury wird mit zugegen sein, mit Sicherheit dort zu dem einem oder anderen eingereichten Film etwas sagen. Also 2.06.19 Uhr schon vormergen, dort werden die Preisträger prämiert. Da sind wir schon mal gespannt, wie viele daran teilnehmen. Jetzt ist ja bestimmt ein Einsendeschluss trotzdem notwendig, muss ja dann ausgewählt werden. Die Filme müssen natürlich angeschaut werden, dann müssen wir uns zusammensetzen, uns eine Meinung bilden. Deswegen haben wir als Einsendeschluss den 15.04.2024 festgesetzt. Zum Schluss wollten wir gerne nochmal den Hinweis machen, dass es bis zur Jubiläumswoche nächstes Jahr immer mal eine Podcast-Sonderfolge geben soll. Wir haben uns jetzt noch nicht festgelegt, in welchem Rhythmus. Weil es gibt immer mal so eine Öffnung eines Überraschungseis, wo wir wieder etwas bekannt geben dürfen, was dort noch in dieser Woche stattfinden wird. Und da würden wir halt die Folgen danach anpassen. Also jetzt ein kleiner Werbeblock. Wer den Rathaus-Podcast noch nicht abonniert hat, sollte das tun, damit er diesbezüglich keine Informationen mehr verpasst. Auf alle Fälle. Wir wissen jetzt schon, dass wunderschöne Ideen durch die Vereine uns noch eingereicht wurden, die wir zum einen in der Festwoche mit einarbeiten werden und zum anderen außerhalb der Festwoche anbieten werden und veranstalten werden. Deswegen seien Sie alle gespannt, was Sie a. in der Festwoche und b. im kompletten Festjahr erwarten wird. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.